Guck mal, vielleicht da. Ah ja, ok. Und wo ist da eine längere Grenze, über der Ölstandstand hinein? Ja. Ja, das geht so, dass da eine längere Grenze ist. Und wenn wir hier vorne rumfahren und die Freude-Gnelse und die Freude-Strand. Dass die sich rausrollen. Und sagen doch, zack, zack, zack. Und wo ich da Boot fahre, bis manche ihren Ausweis fällen. Ja, genau. Und da hat es wieder welche gegeben. Ich habe gesehen, die Zahlen. Ausweis sind nicht Kaution-Zahlen. Nein, sie müssen zahlen, um hinein zu fahren. Also nicht Kaution. Und wo ich da auf der Seite bin.